Wo ist denn die kleine Maus? Wo ist denn die kleine Maus? So, heute ist der Dach, wo die Joyce-Rolls einzieht. Matthias ist happy, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Die Wehen sind rum, Matthias, jetzt geht es dir wieder gut, oder? Genau. Jawohl. So, wir fahren jetzt heim mit der kleinen Joyce. Hallo, kleine Joyce. Siehst du heute einen hier? Die kleine Maus? Ist die nicht süß? Hallo, Joyce. Du bist daheim und es ist Weihnachten. Der Nikolaus wartet schon auf dich. Und der Matthias freut sich. Der konnte schon die ganze Nacht nicht schlafen. Es reicht. Ja, Bibi, komm. Ja, Joyce, komm her. Die kleine Joyce ist eingezogen. Hallo, die kleine Maus. Komm her, mein Schatz. Hat 725 Gramm, hat die kleine. Ja, komm her, Schatz. Und ist heute, morgen wird sie 10 Wochen. Komm her. Komm her. Der Matthias zeigt dir jetzt die Wohnung. Joyce. Komm her, Bibi. Guck mal. Ja, wo bist denn du? Die kleine Joyce. Bibi. Ja, komm her. Komm her. Wo ist denn der Schatz? Na, komm. Komm her. Komm her, die jetz. Oh, ich werde ein wenig angst. Ich werde die Maus, seh. Ist denn das Baby? Hallo, Joyce. Joyce. Was riechst du da? Hä? Was riechst du da? Ich sag, das ist alles neu, gell? Heute ist der erste Einzug bei den Fellas. Hier bei Matthias und bei Hubert. Heute ist der 23. November 2013. Alles neu, gell? Die kleine Joyce. Und um 10 Uhr haben wir sie geholt in Hassenbach. Und hier ist ihr Körbchen vom Herrn Glückler, das wir beim Thorsten Schaffner bestellt haben. Und er hat sich total gefreut, dass wir bei ihm das Körbchen gekauft haben. Nicht wahr, Matthias? Geht's dir gut? Jetzt kann Weihnachten kommen. Und der Urlaub steht auch schon. Der Weihnachtsbaum. Joyce. Hallo. Ich glaube, das ist alles neu, gell? Na, du musst jetzt erst mal gucken. Alles neu ist das. Ja. Nein. Du bist alles neu, gell? Ja. Das ist ja. Ich bin der Hubert, ich werde euch weitere Sachen berichten und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit unserer kleinen Joyce, weitere Videos werden folgen, bis dann, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020